Dann haben Sie aber mit anderen zusammen die neue Frankfurter Schule mitbegründet. Wie kam es denn dazu? Eine Schulgründung war es eigentlich gar nicht. Es kam dann die Gründung von Titanic, das war 1979. Das war ja das Organ gewesen von der neuen Frankfurter Schule. Und da war noch so eine Kerntruppe von, Komo war da auch dabei, von Pardon-Leuten dabei. Und Henscheid, Eilert, die alle mal da Redaktionsdienst gemacht hatten und die jetzt weiter Redaktionsdienst machten bei Titanic. Und wie kam es zur neuen Frankfurter Schule? Es gibt eine Legende. Also wir selber haben nichts gegründet. Wir kannten uns alle und schätzten uns. Und Henscheid schrieb auch mal drüber, einen längeren Artikel über die Zusammenballung von satirischen Tendenzen. Der Gernhard sagte, Frankfurt wird die Hauptstadt der Satire. Und dann hat der Wächter in München eine Ausstellung gehabt, in der Galerie Bartsch und Schario, weiß ich noch wie heute. Und da kam ich auch hin. Und da sollte die Ausstellung einen Titel kriegen. Da war der Gernhard dabei, der Traxler, der Wächter und noch eine. Also eine Grafikausstellung. Und dann hat der Galerist, hat eine alte Tante zu Besuch gehabt, eine Emigrantin, die jetzt wieder Deutschlandbesuch machte. Und sie fragte den Bub, was hast du für Sorge, sag er mal. Und dann sagt er, ich habe drei gute Leute in der Ausstellung gebrauchen, noch einen Titel. Also irgendwie, kommen erzählen mehr, sie kommen aus Frankfurt. Sie sind ganz prima, hier, guck dir es mal an. Und dann hat die alte Tante, habe gesagt, so erzählte er es und so glaube ich die Legende gerne, sagt, ist doch alles kein Problem. Ich habe bei der alten Frankfurter Schule studiert. Sie war Adorno- und Horkheimer Studentin. Und dann ist das die neue Frankfurter Schule. Zack, das galt und das war, so hieß die Ausstellung damals. Und das hat langsam übergegriffen auf alle anderen Produktionen. Es gab wenig gemeinsame Produktionen. Jeder konnte mit jedem was machen. Und in der Titanic gab es auch die Zusammenarbeit, wo man konnte, es gibt so ein Soziologenspiel, Sozialpsychologiespiel, man setzt sich im Kreis herum, wer mit wem kann und wer wen mag. Und man hätte hier alle Verbindungen machen können, Henscheid, Knorr, Gernhardt, Wächter. Jeder hat mit jedem mal was gemacht. Also es gab keine Konkurrenz der satirischen Intellektuellen. Gut, wir wollten einander überbieten natürlich und immer noch besser sein. Aber das war auch die Frankfurter Schule, diese Art der möglichen und unmöglichen Zusammenarbeiten mit allen. Ein Anruf hat dann genügt. Da gab es die große Zusammenarbeit, gab es mal, als der Draxler für Kohl, der damals da war, die Birne erfunden hat. Und da gab es Birnebücher, Birneartikel, da hat jeder dazu beigetragen. Und das ging auch sehr lang gut, zwei Jahre lang. Kohl war Birne. Und dann ist das aber ganz attraktiv gestorben, dieses Birnemotiv, das satirische, kritische. Weil die Junge Union im Hessischen hat bei der Landtagswahl die Birne als Eigenwerbung genommen. Und da konnte man es nicht mehr benutzen. Das war sehr schlau von denen natürlich. Was ist der komplette die Musik für mich? Ok, das war eine sehr gute Idee. 5